Der FC Schalke 04 gegen Borussia Mönchengladbach. Das Top-Spiel zum zweiten Spieltag der Bundesliga-Saison 2022-23. Das erste Heimspiel der Schalker nach dem Wiederaufstieg und dann auch noch direkt ein solch traditionsreiches. Der erste Spieltag lief ja alles andere als nach Plan für die Schalker. Erst ein meiner Meinung nach sehr unglücklich zurückgenommener Treffer. Da hätte man auch durchaus anders entscheiden können. Und dann auch noch eine ziemlich doofe rote Karte für Dominik Drexler. Die war allerdings dann doch wieder eher eigenverschulden, wie ich finde. Mit offener Sohle sollte man nicht so in den Zweikampf gehen. Danach war es für die Schalker natürlich sehr schwer im Spiel zu bleiben. Aber jetzt möchte man vor heimischem Publikum natürlich alles versuchen, das erste Erfolgserlebnis einzufahren. Die Gladbacher auf der anderen Seite werden das aber mit Sicherheit nicht mal eben so zulassen. Nach einem gelungenen Bundesliga-Start gegen Hoffenheim möchte man jetzt natürlich auf Schalke nachlegen. Einfach wird das aller Voraussicht nach nicht. Man spürt bei den Fohlen aber ganz klar eine neue Aufbruchsstimmung. Das System Farke zeigt erste Ansätze. Jedoch gibt es definitiv noch Punkte, die verbessert werden müssen. Die frühe gelb-rote Karte für Posch hat den Gladbachern schon extrem in die Karten gespielt. So oder so muss ich sagen, dass mir Gladbach sehr gut gefallen hat. Vor allem Plea und Thuram haben einen unfassbar guten Job gemacht. Da hätte durchaus das ein oder andere Tor mehr fallen können. Aber wenn die Stürmer keine Tore machen, dann tun es halt Elvedi und Benze Baini. Vor allem letzterer mit einem richtigen Traumtor. Bei Schalke bin ich vor allem mal gespannt, wie Terodde sich in der Bundesliga machen wird. In der zweiten Liga gehört er zu den absoluten Legenden. In Liga 1 konnte er seine Torjäger-Qualitäten Stand jetzt noch nicht so richtig unter Beweis stellen. Aber besonders gespannt bin ich tatsächlich auf einen ganz anderen Spieler. Nämlich auf Jordan Larsson oder Larsson. Bei der Aussprache seines Namens bin ich mir ein bisschen unsicher. Er wird von jedem anders ausgesprochen. Naja, wie auch immer. Er hat wohl noch einen Rückstand aufzuholen und käme, wenn überhaupt, nur für einen Kurzeinsatz in Frage. Aber ich habe das Gefühl, dass er, sobald er wieder bei 100% ist, ein wichtiger Faktor werden kann. Ich bin mal gespannt, ob er gegen Gladbach schon seine ersten Minuten sammeln kann. Aber das halte ich Stand jetzt für nicht allzu wahrscheinlich. So, jetzt sprechen wir natürlich nochmal ganz kurz über die Bilanz zwischen den beiden Mannschaften. Die letzten beiden Aufeinandertreffen gewann Gladbach sogar ziemlich deutlich. Einmal mit 0 zu 3 auf Schalke und das Hinspiel mit 4 zu 1 in Gladbach. Und obwohl diese Pleiten gar nicht so lange her sind, werden bei den knappen 11 komplett andere Spieler auf dem Platz stehen. Maximal, ciao, könnte ein Startelf-Kandidat sein. Der Rest ist ausgetauscht. Aber gut, das habe ich auch schon in der Prognose gegen Köln gesagt. Jetzt hört ihr es zum letzten Mal. Denn mal im Ernst, dieser Fakt trifft natürlich auf alle kommenden Partien mit Schalker Beteiligung zu. Wie auch immer, ich bin richtig gespannt, wer sich hier im Endeffekt durchsetzen wird. In der Simulation hatten beide Mannschaften sehr gute Chancen, aber das bessere Ende haben die Gladbacher erwischt. Einen ähnlichen Ausgang kann ich mir auch in der Realität vorstellen. An der Stelle jetzt dann natürlich auch die Frage an euch. Was glaubt ihr? Wie wird diese Partie ausgehen? Schreibt mir gerne eure Tipps, Meinungen und Prognosen dazu in die Kommentare. Ansonsten würde ich mich sehr über einen Daumen nach oben freuen. Und wenn ihr weiter mit am Ball bleiben wollt, dann vergesst natürlich nicht den Kanal zu abonnieren. In dem Sinne, macht's besser und bis zum nächsten Mal.